Und jetzt schauen wir auch schon wieder zurück nach Jerusalem, denn nun ist Angela Merkel an der Reihe. Ich will den ganz herzlichen Empfang bedanken und auch für die einzigartige Möglichkeit, das israelische Kabinett heute hier zu treffen. Das war eine sehr gute Diskussion, genauso wie die Diskussion, wie wir beide schon vorher miteinander hatten. Und ich bin beeindruckt, wie trotz der großen Unterschiede in dem Kabinett doch der Wille zu einer gemeinsamen Arbeit da ist. Und Resultate für die Bürgerinnen und Bürger Israels zu erreichen. Die Beziehungen, das haben unsere Gespräche jetzt auch gezeigt, zwischen unseren beiden Ländern, sind eng, vielfältig und freundschaftlich. Und sie sind auch sehr breit aufgestellt. Ich denke, dass die Einführung von deutsch-israelischen Regierungskonsultationen, die jetzt leider in letzter Zeit durch Covid und die Wahlen hier nicht so stattfinden konnten, doch eine gute Sache ist, von der ich mir wünschen würde, dass sie dann auch fortgesetzt werden kann mit einer neuen Regierung. Weil sie dazu geführt hat, dass unsere Wirtschaftsbeziehungen, unsere Beziehungen im Verteidigungsbereich, die Beziehungen zwischen den Sicherheitsbehörden, die Beziehungen im Kulturbereich, der Austausch zwischen Jugendlichen, bei Wissenschaft, Sport und in anderen Bereichen doch intensiviert wurden und immer sehr konkrete Ergebnisse erreicht werden konnten. Und ich glaube, auch gerade bei so großen Herausforderungen wie Biodiversität und vor allen Dingen der Klimawandel gibt es noch viel zu tun, bei der grundlegenden Transformation auch unserer Energieversorgung und vielem anderen mehr. Das alles spielt sich ab vor der Folie. Und das ist in der Diskussion heute auch wieder deutlich geworden, wenn die einzelnen Minister ihre persönlichen Biografien und Familiengeschichten erzählen, dass Blick auf die Schoah die Tatsache, dass wir heute über solche Beziehungen verfügen, ein Glücksfall ist und ein Schatz ist. Und dieser Schatz muss immer wieder gepflegt werden. Und wir wissen, dass auch heute Antisemitismus in Deutschland vorkommt, dass es sogar verstärkt vorkommt. Und ich habe hier noch einmal für die gesamte Bundesregierung, und das darf ich auch für jede weitere sagen, deutlich gemacht, dass wir uns gegen alle Erscheinungsformen des Antisemitismus auch entschieden wehren werden, weil wir alles tun müssen, damit dies eben nicht zunimmt, sondern damit wir den Antisemitismus und gewalttätige Ausschreitungen leider auch bekämpfen können. Das ist nicht immer einfach und wird nur gelingen, wenn wir auch die Verantwortung für die Geschichte immer wachhalten, auch wenn es eines Tages keine Zeitzeugen mehr geben wird. Und darüber haben wir heute früh auch ausführlich gesprochen. Wir haben die Frage der Sicherheit Israels, ich habe sie auch persönlich immer zu einem zentralen Punkt gemacht. Der Ministerpräsident hat noch einmal darauf hingewiesen, Deutschland ist nicht neutral, wenn es um die Fragen der Sicherheit Israels geht, sondern die Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson. Und demnach müssen wir auch handeln, selbst wenn wir unterschiedlicher Meinung in verschiedenen Einzelfragen sind. Ich will im Blick auf den Nahostfriedensprozess sagen, dass wir uns natürlich einen jüdischen, demokratischen Staat Israel wünschen, den es ja heute auch gibt, der eine klare, sichere Perspektive in der Region hat. Ich persönlich denke, dass man hier, auch wenn es zurzeit nahezu aussichtslos aussieht, dass die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung nicht vom Tisch nehmen sollte, nicht zu Grabe tragen sollte, sondern eben auch immer im Blick haben sollte, wie können auch die Palästinenser sicher und in einem Staat leben. Aber der zentrale Punkt heißt die Vision eines sicheren, jüdischen, demokratischen Staates Israel. Und ich will das unterstreichen, was der Ministerpräsident gesagt hat. Die Umgebung hier von Israel ist eben alles andere als demokratisch in vielen Aspekten. Und deshalb müssen wir auch die Bedrohung, die vom Iran ausgeht, ernst nehmen. Deutschland ist wie Israel der Meinung, dass alles getan werden muss, damit eine nukleare Bewaffnung des Iran verhindert wird. Und wenn wir uns anschauen, wie die Uran-Anreicherung hier voranschreitet, dann ist das ein Thema großer Dringlichkeit. Wir werden das heute noch einmal vertiefen, auch bei dem gemeinsamen Abendessen. Und ich bin absolut der Meinung, die ja auch von vielen Ministern geäußert wurde, dass man dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen muss. Und wir werden heute auch noch einmal ein Wirtschaftstreffen haben mit innovativen Unternehmen. Ich glaube, wir können im Bereich der Wirtschaft noch manches miteinander erreichen. Auch der Hightech-Industrie Israel ist hier von einer einzigartigen Fähigkeit, auch mit vielen Start-ups, die wir von deutscher Seite auch bewundern. Und das gesamte Umfeld für Start-ups, für innovative Technologien ist in Israel extrem gut. Und davon können wir auch noch lernen. Und insofern freue ich mich auf den weiteren Verlauf des Tages, zu dem natürlich auch ein Besuch in Yad Vashem gehören wird, wo wir noch einmal erinnert werden an das, was geschehen ist in der Geschichte und wofür wir Verantwortung tragen. Und ich freue mich natürlich auch auf den Besuch beim Staatspräsidenten. und möchte mich noch einmal für den bisherigen ganz herzlichen Empfang bedanken. Soweit also Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem letzten Besuch in Israel. Bei mir noch immer mein Kollege Michael Wühnweber. Jetzt hat sie ja heute schon, sie hat selber noch einmal gesagt, bereits das Kabinett getroffen, konnte mit Bennett unter vier Augen sprechen. Was waren jetzt in Ihren Augen die wichtigsten Themen, die sie bei ihrer letzten Reise noch einmal ansprechen wollte? Also für mich gibt es da jetzt bei dieser Pressekonferenz, bei diesem Statement der Bundeskanzlerin zwei Dinge, die man vielleicht hervorheben muss, herauskristallinisieren. Sollte das eine, dass sie in die Zukunft spricht, also was die künftige Bundesregierung betrifft, dass sie versucht hat tatsächlich Ängste zu zerstreuen, in puncto Antisemitismus, in puncto Solidarität zu Israel. Sie hat ja auch diesen berühmten Satz aus 2008 wiederholt, den sie vor der Knesset gesprochen hat, dass die Sicherheit Israel zur Staatsräson Deutschlands gehören würde. Das ist das eine, also die klare Perspektive, auch ohne mich, auch ohne Angela Merkel wird das Verhältnis zu Israel ein gesondertes und enges sein, also von Deutschland zu Israel. Und der zweite Punkt ist die Frage nach der Zwei-Staaten-Lösung, die Bitte, das fasst schon der Appell, diese Zwei-Staaten-Lösung nicht zu Grabe zu tragen. Das ist natürlich vor dem Hintergrund zu verstehen, dass der Ministerpräsident Bennett ja ein Gegner der Zwei-Staaten-Lösung ist. Und da gibt es also weiterhin dieses dicke Brett zu bohren seitens Deutschlands, seitens Europas ja auch, weil ganz Europa steht ja hinter dieser, also EU-Europa, das Beschlusslage, europäische Beschlusslage hinter dieser Zwei-Staaten-Lösung. Aber eins machte sie dann klar, dass es schon eine Abschichtung gibt in den Zielen. Zwei-Staaten-Lösung ist schön. Das wäre das, was wir euch halt doch versuchen nahezubringen. Aber über allem steht eines, und das ist die Sicherheit Israels. Und dass dem alles untergeordnet wird, ob das jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung kommt oder nicht. Die Sicherheit Israels, und das betont sie damit ja noch einmal, ist halt tatsächlich, die gehört zur Staatsräson Israels. Insofern war es sicherlich ein Auftritt der Bundeskanzlerin, dem israelischen Ministerpräsidenten, bei allen unterschiedlichen Beurteilungen der politischen Situationen, glaube ich, ganz gut gefallen hat. Du hast ja selber gesagt, sie hat auch schon in die Zukunft gesprochen. Natürlich bleibt die Beziehung für Deutschland wichtig. Mit Netanjahu hatte sie eine, sagen wir mal, angespannte Beziehung. Wie wird das jetzt mit Bennett für Deutschland? Wird es einfacher oder wird es wahrscheinlich schwieriger, mit ihm diese Gespräche aufrechtzuerhalten und eine Beziehung wieder zu bessern? Also Bennett bezeichnet sich selbst ja als moderner, ultraorthodoxer. Also er fährt da einen radikalen, konservativen Kurs und steht da im Prinzip auch in der Tradition Netanjahus. Er war ja ein großer Parteigänger Netanjahus, bevor man sich da überworfen hatte. Auch Netanjahu war gegen die Zwei-Staaten-Lösung, betrieb die Siedlungspolitik weiter. Und jetzt hat man in dieser neuen Konstellation in Israel, in dieser Acht-Partei-Konstellation, Koalition, einen Burgfrieden eigentlich geschlossen. Und zwar den Status quo eingefroren. Man ist gegen die Zwei-Staaten-Lösung und man wird weiter auch den Siedlungsausbau betreiben. Aber man muss natürlich sehen, dass Bennett nur zwei Jahre Ministerpräsident ist. Nach zwei Jahren dreht sich das um. Dann wird der jetzige Außenminister, linksliberal, der eigentliche Architekt dieser Koalition, ja dann Ministerpräsident. Da könnte es natürlich auch noch mal zu Verschiebungen, zu Veränderungen dann im Tremelo geben. Kaum, wenn man diese Koalition allerdings beibehalten möchte, kaum in der generellen Ausrichtung. Und dann wird es natürlich interessant sein, wie tatsächlich eine neue Bundesregierung sich dann dazu positioniert, wie viel Druck macht man im Hinblick auf eine Zwei-Staaten-Lösung, wie stark verurteilt man die Siedlungspolitik. Da kommt es natürlich dann auch aufs Tremelo an, welche Worte man dann wählt und findet für das gemeinsame Verhältnis und die gemeinsame Politik. Heute Abend, dein Amt ist jetzt angesprochen, dann wird man weiter darüber sprechen. Trotzdem, der Tag ist bis dahin auch noch lang. Was hat die Bundeskanzlerin heute an ihrem letzten Tag sozusagen noch alles vor? Das heraussagende Ereignis natürlich, das ist der Besuch in Yad Vashem. Yad Vashem hat sie bei jedem ihrer Israel-Visiten besucht. Und es ist ja auch ein besonderes Anliegen. Es heißt ja auch, dass es auf besonderen Wunsch der Bundeskanzlerin zustande kommt. Das ist ja eigentlich nur ein eintägiger Besuch. Es ist ein unheimlich enges Programm. Und dieser Besuch von Yad Vashem, also der Holocaust-Gedenkstätte, nimmt da ja relativ breiten Raum ein. Und es ist, glaube ich, tatsächlich der Bundeskanzlerin ein Herzensanliegen dort zu sein, der Millionen von Opfern zu gedenken und damit natürlich auch ein Zeichen zu setzen für die Verantwortung, die Deutschland trägt, immer wieder daran erinnern. Sie hat es ja gerade eben auch in dem Statement gesagt, irgendwann wird es keine Zeitzeugen mehr geben. Aber trotzdem ist es natürlich notwendig, sich daran zu erinnern und das immer als deutsche oder auch als deutsche Regierung auch im Kopf zu behalten. Ja, und es ist eben Ihr letzter Besuch. Trotzdem hat sie die deutsche Regierung auch angesprochen, wie es in Zukunft weitergehen wird, die weiteren Beziehungen zwischen Deutschland und Israel, auch nachdem die Bundeskanzlerin ihr Amt abgelegt hat. Meine Erwartung ist natürlich, dass, so wie das bei meinen Vorgängern auch war, die Sicherheit Israels weiter ein zentraler Punkt für jede deutsche Regierung ist. Und meine Gefühlslage ist so, dass ich mir natürlich wünschen würde, dass die Situation hier für einen Staat Israel, sagen wir mal, einfacher wäre. Man muss ja gemessen an unserem Lebensumfeld innerhalb eingebettet in die Europäische Union, ist ja Deutschland in einer geopolitisch sehr viel einfacheren Lage als Israel. Und deshalb habe ich ja auch darauf hingewiesen, wenn der Iran die Vernichtung des Staates Israel in seinem Programm hat, darf man darüber nicht einfach hinwegsehen, sondern muss das ernst nehmen. Und deshalb wünsche ich mir, dass auch wenn wir es kontrovers diskutieren, wir immer wieder in eine Richtung sprechen, in der die Menschen in Israel, die Bürgerinnen und Bürger sicher leben können. Und das kann man eben heute noch nicht als gesichert betrachten. Und deshalb bleibt auch für jede neue deutsche Bundesregierung hier sehr viel Arbeit, sich international dafür einzusetzen, dass diese Sicherheit Israels auch garantiert ist. zum nächsten Mal. Vielen Dank.